Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Munibam Banda. Wir spielen heute wieder auf der Smak-Rak-Grün-Stadt. Smak-Rak-Grün-Stadt. Schwere, ausgesprechbare Sachen. Ja, das ist gar nichts für dich. Gegen den Mulle Mech und den Jules, Terano Produs. Oder spielt Sniper und hat schon das Sniper-Build. Ja. Das ist mein schöner Tipp heute. Ja, jedes Mal, wenn ich einen Zerg-Stadt verbaue, wird eine Drohne verbraucht. Das ist wirklich klar. Was? Da muss man halt die 50 Meter Rösung einrechnen. Echt jetzt? So, ich spiele heute Hydra Bailing. Das hat sich der Munibam gewünscht. Ja, habe ich nicht. Ich habe gesagt, da spielen oft welche. Das hat er sich gewünscht. Das gibt ja jetzt so. Na, okay. Roach Hydra Bailing. Nee, Roach nicht. Hydra Bailing. Okay. Kostet mir sonst so viel Gas. Ja, wenn der Tolle einen Kolosse spielt, dem ist er am Arsch. Ja, da habe ich dich ja. Ich spiele nichts. Dann habe ich mich trotzdem. Der Locki kann einfach nur in deine Base. Okay. Auch wenn ich vorne bin, Milgaard. Geht's schon irgendwie. So, ich exhale jetzt einfach. Das Problem ist halt ein 2-2. Ich weiß nicht, wie ein Flieger. Ein Flieger-Spieler. Phoenix. Äh, öffne mit Phoenix. Phoenix. Da kommt nämlich der Tolles schon. Tolles möchte wissen, was Sache ist. Das wollen wir Sillern sehen. Hier sind schon wild. Oho, oho, bis es nicht mehr geht. Oho, oho, bis es nicht mehr geht. So, jetzt brauche ich einen Overlock. Auf jeden Fall meine Echse gesehen. Oh, das kann er auch. Oho, oho. Das kann er auch nicht mehr. Nur das Pool. Bei mir nicht mehr ein bisschen. Können wir gleich Double Queen machen? Theoretisch. Oho, es geht diesmal auf. Hier ist zusätzliche Pyronenbauer. So ein Pickernbrücken. Und weiter hoch. Oho. Ich hole meine Drohne jetzt. Hat sie die Sünde bekommen? Das ist schon nicht. Sind doch Eier noch rum. Ich habe einen Proxy entdeckt. Da. Dein Proxy. Klar. Ich bin schon so, ob die Sünde vergleicht so lang, dass wir erst seitdem. Nee. Einfach mal randeln. Ich muss doch gucken, was ich bauen. Ist gleich tot, die Drohne an der Sünde. Die. Die Liebste noch. Theoretisch können wir jetzt noch wissen, oder? Dass irgendwie was komisches kommt. Eigentlich ja. Äh. Eh,äre. Äh, eh. hellinnäß. Er comida. Neugolos. Ach ne echt, so 이름. Ja das wird sehr dick sinnvoll. Waren dahinter neац. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin, hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Wer hat denn den Pflyspung? Da? Jumgabbeln wird erneut unverstanden. Gammeln ist immer wichtig. Dimensionalstrenge abgestellt. Und wenn sie jetzt gleich kommen, haben wir probiert. Ja. Du hast nichts, ich hab gar nichts. Wir müssen zusätzliche Pionen bauen. Feindkontakt. Wiemand kann uns aufhalten. Die Templer. So begegnen wir unserem Schicksal. Was? Geldgenutze. Ich hab nur Geldgenutze gesehen. Was ist denn da los? Für den Ruhm. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Nix hat aber schon. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ich hab nicht genug Gas. Der Feind hat uns entdeckt. Unsere Schicksale sind bereit. Ich verstehe. Können wir da noch mit ran? Viking? Ich weiß. Hat er dein Proxy gesehen? Hat er doch. Ich geh da aus. Der Kader beginnt. Die Schlacht wartet. Der Strenger des Schicksals. Guck mal. Und weg... Er ist Viking... Und der Dix steht noch. Der Pelon. Das ist schön, ja. Und weg... Warte, jetzt ist es weg, übrigens ohne Ente. Da ist bestimmt trocken, halt. Da muss auch was trocken. Ich hoffe, wir müssen nicht so lange rauszögern, wir müssen den Go machen irgendwann. Ich brauche jetzt nur noch truppen. Hier ist noch saturiert. Ich gucke, ob es denn jetzt wird da haben. Ja, dritte ist ein Bau. Hat halt einen Haufen Sentries in den Stalker, also nichts besonderes. Ihr habt nicht genügend Mineralien, nicht genügend Energie. Mineralienfeld erschöpft. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Overlords. Und jetzt können wir auch gleich einen Go machen. Und da noch ein paar Baillinge dazu. Das ist halt adezent. Wir sind halt scheiße meine Baillinge. Ja. Ja. Oh, noch ein paar Archen dazu noch. Hast du die Geist übrig für uns zum Beispiel? Hm. 300. Okay. Muss reichen. Ich brauche noch ein paar... ...Spring? Kommen sie. Ha. Easy. Mineralienfeld erschöpft. Die Meme ist kaputt. Tja, zurückworben ist nicht mehr viel, ne? Deine Schloss ist vorne. Ja. Ich muss gegen die Flieger kehlen. Ich lass dich rein. Ich lass dich rein. Ach, diese Krille, da muss es nichts finden. Klingt doch schlecht aus. Ah, die Machen von der Flosse gerade weg. Das ist schlecht gewesen, das Polo ist weg geworden. Und hier haben wir die Exe, jetzt können sie besser nachpumpen. Dann werden wir eine Exe nehmen sollen. Jetzt haben wir nochmal Arjans. Wir sind gleich nochmal los. So, von mir ist komm ich gleich nochmal an. Die Frau, wo wir lang gehen. Weil da die Rams wird gut. Hier müssen wir rein. Hier gehen wir rein. Los. Sog, Naku, wir werden... Mineralien fällt. In den 3 gott. Sog, die ich jetzt halb. Wir haben halt Upgrades. Ich hab hier noch gar viele Upgrades. Ja, ich muss das anbauen. Ich muss das anbauen. Sog da so anbauen. Ja, das muss ich am Ende sein. Ich muss das anbauen. Ah, ich muss das anbauen. Ich muss das anbauen. Da haben wir noch keine Upgrades. Oh, die Weiß machen ihren Job. Na ja, nur zu viel. Ja, die haben bis vor Echo vorbei. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, ich komme jetzt noch Berserker. 2-2 ja schon. Naja, da kann man rausgehen. Wollen wir die Länge ziehen? Komm jetzt mit Kampen erstmal. Noch mal neu. Man wusste ja echt, dass wir nun dort kamen. Ach, Overseer bestimmt. Ja, ich nehme den Moment. Die Echse. Wenn ich müßte noch kommen, dann haben sie gewonnen. Ja, heute schatten sie aber auch so viel nicht. Die Tees haben sie gerade geschickt. Gut, dass ich gerade unten einen Candace hingebaut habe. Ja, theoretisch müsste er noch irgendwo Schmutter-Echsen haben eigentlich. Gold haben sie bestimmt. Gold haben sie auch nicht. Was machen sie denn? Da musst du schnell auf Upgrades gehen. Mach ich ja gerade. Ich nehme für Ajo. Ich tag auf Tier 3 hoch. Ich hol mir vielleicht was Ulis, wenn ich es schaffe. Ich rufe vielleicht was Ulis, wenn ich es schaffe. Dies müsst ihr in der Nähe von dieser Tütele. Sie haben uns zweimal gegrasht. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Es ist halt die Upgrades hinterherziehen, das dauert halt ein wenig. Perserra kommt oben, okay. Kommen sie. Er hat auf 3-3 gewartet. Wir brauchen mehr Overlords. Kommen wir halt nicht gegen die Archons an. Und die Sniper. Kommen wir uns unterrichtig. Das ist so ne Scheißposition zu fighten für uns immer. Nein, die Person war ganz gut. Dann gehst du weg. Dann hab ich ja alles verloren. Na ja, ich auch. Ich hab die Missile drauf. Was soll ich machen? Null Amor. So, wenn ich nicht weglaufen. Null Amor wird drauf bleiben. Jetzt zählt euch. Oberboro kommt durch. Drei Dreier Upgrades. Naja, GG. G. G. Ja, der hat viel mehr Ressourcen. Der Brodus. Ja. Ein bisschen mehr. Na gut, dann sehen wir uns in der Endcard. Tschö, tschö. Und da sind wir auch schon in der Endcard. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Dann findet ihr oben rechts den StarCraft Projekten und unten andere zu unseren Projekten. Dann schaut noch morgen wieder ein und tschüss zu eurem Muttibeermande. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.